hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen sissi video und zwar ohne monster mit nightmare hallo ist jetzt irgendwie schon die zwanzigste anmod sorry also die vier könnt ihr ignorieren die braucht ihr nicht die sind nur wegen bei wo ist denn das ist nur gegen weg wäre ein ich wäre ein feld sind nicht mehr müssen wir jetzt ganz wirklich aber es gibt es Kea-Siege? Äh, äh, man kann vor allem Kea-Machen. Also auf jeden Fall erstmal wird es einen DP betrunken. Backpap die Lange zu halten. Und nicht vergessen den Kopf mit, äh, mit dem das... Was? Also das wollen wir uns jetzt, ähm, Angelina Daim, die wird gleich mit Suceran deinen Sohle machen. Da fällt mir ein, obwohl Siege meine Waifu ist, kommt die echt super selten im RP vor, ne? Wir können dich haben hier. Nee. Jetzt durch Indra kommt sie ja auch wieder öfter vor. Sooo. So, nur Momento. Und jetzt geht's weiter. Jetzt... ...kuss Rangard. Oh Gott! Mmmmm, boah! War ein wenig, ja? Meine Augen pissen vor lauter gehen. Gute Hupfen. Boah, Skadi hat mir das Leben zur Hölle gemacht, im letzten Jahr mit der Pfanne. Ja. So, warten bis der tot ist. Und dann... ...bleh ich da hin. Aber... ...zweil kann man gebrauchen, das war nämlich... Ich benutze deswegen bei Fulten. Da kommt ein ganz gute Beine, um den... äh... den hier abzufangen. Ein Blade Helmet. C, irgendwas... für ein C irgendwas? Ja, der heißt O. Also, warum nennt man sowas C irgendwas? Ah ne, der Black Helms, äh, C irgendwas. So, dann können wir die Werte einpacken. Weißt du, das sind halt die Werte, ne? Das sind dann die Momente, wo man im RPG einen Typen anspricht und der heißt dann einfach Dorfbewohner. So ein Tale stelle ich mir bei Siege vor einem RP. Nur ein bisschen fluffier. Fluff, fluffier? Ja. Das Sakura muss ja auch glücklich werden. Ich finde es aber krass, wie stark, ähm, Blue Poison's Gift Damage ist. Äh, scheiße. Der Wrong Creature blazed. Ich dachte grad schon, es wär ein Monster gewesen. Dabei war's nur, dass gar das komische Eidexe oder was da sein soll. B-Kreatur. Was? Problem ist, B-Kreatur Seaborn. Wahrscheinlich irgend so nahe. Problem ist, ich hätte das jetzt Geld verdient. Aber auch. Angelina wird sterben. Oh, okay. Angelina wird gar nicht gehittet. Hey, das war ja mal Kanonenfutter. Hätte der Cici einen zweiten Angriff durchbekommen, wird er jetzt tot. Nein, der Apfel hat ihn getötet. Nein, die Flagge. Nee, nee, das ist nur angetäuscht mit der Flagge. In Wahrheit sticht sie die, sticht sie den unteren Teil des Apfels in den Gegner. Ja, so im Stil, ne? So ins Auge drücken. Ja. Gut. Das war CiciRisk18 ohne Monster. Und ja, wir danken euch fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr schaltet auch in einem anderen Video wieder ein. Ciao. Tschüss.